Hey Leute, ich bin Julian. Vielleicht kennt ihr mich auch von meiner KiKA-Sendung Checker Julian. Ich bin hier gerade auf der Fahrradmesse und heute haben wir hier die Klima-Tour eröffnet. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann geht mal auf klima-tour.de, schnappt euch ein paar Freunde oder eure Schulklasse, sammelt fleißig Kilometer und gewinnt ein paar Preise. Viel Spaß!